Und da bin ich wieder zurück zu Tech-It-Light und ja, in der letzten Folge, was mach ich, habe ich, ähm, ja, jetzt diesmal ohne Jonas, ganz einfach, weil bei Skype das zu ach, leckt. So, und in der letzten Folge haben wir ja die Spawner ein bisschen abgeklappert, das war nicht sehr produktiv, produktiv, sorry. So, jetzt muss ich erstmal wieder rauskommen. So, und was ich jetzt machen will, ist, Alter, stehen dafür das Gelände. Ich hätte was zum ersten Mal sehen sollen. Minionsscherben sammeln. Nein, die töten sich ja jetzt eigentlich schon selber. Alter. Brauch Minionsscherben. Drei hab ich ja schon. Ich kann nicht mehr sprinten. Zum Scherz. Das ist nicht gut. Ich gehe nochmal ganz kurz ein. So. Die Folge vor dem Livestream. Ja. Und in dem Livestream hab ich schon mal, machen wir wieder ein bisschen Technik. Jetzt machen wir einen Minionsscherben. Wenn wir den genug Minionsscherben finden. So. Das kommt da rein. Und die Legs sind wieder da. Ich freu mich natürlich. Das ist ein sehr shiny in Gott. Ich mach nichts mehr zum Essen. Außer das Brot da drin. Oh, da sind noch Karotten. Karottchen, Karottchen. So. Essen. So, dann gehe ich wieder raus. Schleimbar. Ja. Weißen sind noch ein paar Skalotter. Und ein Enderman. Sollen wir uns mal gegen den aufmucken? Der hat einen Minionsscherbe getraubt. Sehr gut. Oh Gott. Scheiße. Alter. Nein. Nein. Das ist ein Enderman. Enderman. Get that Creeper. Ich mock mich mal gegen den auf. Wo ist er? Da. Da. Enderman. 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 Okay, der ist weg. Ich brauche Minim-Scherben, Laubombs ist keine Laubombs mehr, doch, doch. Da müsste ich, was denn hier? Da gehe ich jetzt besser nicht rein. Ach ja, im Livestream würden wir auch in Znita gehen. Und dann gehe ich mal am besten in eine Höhle, wenn ich Monster töten will. Sonst komme ich ja nicht so nix. So. Ich brauche noch vier Stück, wenn ich mich recht entsinne. Kann ich craften oder so. So. Ist ja schon geil. Der klopft dann ab der Tür. Hallo, du da. So. Wir müssen irgendwo als erstes ein bisschen Fleisch sammeln. Gleich Fleisch. Weil wir nichts mehr zum Knabbern haben. Da hinten ist noch ein Schwein. Karotten lasse ich jetzt mal. Ja da. Hier waren noch die vielen Monster, ne? Da ist schon mal ein Creeper. Da hätt ich nen Bogen garne. Da hätt ich nen Bogen garne. Okay, der ist bot. So. Wo sind denn hier noch ein paar Monster? Dunkel, 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 monster. Kann ich auch mal mitnehmen. Man kann ja sonst nix, ne? Creeper. Creeper. Da ist noch Zombie. so. Level 28. Können wir eigentlich mal Enchantment Table machen. Oder Verzabungstisch auf Deutsch. Und die droppen alle keine Minim-Scherben. Ey, das ist doch gay. 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 Und die Folge ist eh bald wieder zu Ende. Also werde ich das Ziel nicht gereichern. Ich hab grad mal eine Minim-Scherbe, die Folgekunde ist doch voll gay, ey. Also werden wir auch im Livestream das ändern müssen. Aber kann nicht sein, dass manche Dinger, ähm, sag's. Scheiße. Das Skelette. Nein! Ich dachte schon. Alter! Der hat nämlich eine Minim-Scherbe getroppt. Ich sag' ich fünf. Ich hab' hier noch n' Zombie. Oh Gott. Ein bisschen was Mampfen noch. Mein Schwert ist auch wieder bald kaputt. Scheiße. Die Erze brauche ich jetzt noch nicht. Können wir mal liegen lassen. Hier. Hier waren wir schon mal. Also gehen wir da lang. Hier ist noch dunkel. Und dann wird zwar der hell. Und dann wird zwar der dunkel. Da wär' ich nicht runter. Ja, es gibt's den. Ey. So. Ich glaube das ist auch der richtige. Nein. 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 Da ist er. Richtiger Zeitpunkt. Oh. Was das? Lol. Toll. Achso. Den war ich schon mal. Die nehme ich noch mit. Das sind Schädigung. Oho. Und dann würde ich sagen, das war's mit der fünften Folge von Tech at the light. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.